Deutschkurs für Anfänger, das heutige Thema. Hallo alle Mann zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Sprachunterricht. Hi everyone and welcome to our today's German language. Ich heiße Richard und lebe zur Zeit in Solo in Indonesien. Wir fahren nächste Woche zu dem wunderschönen Geberge Tauamangu, wo wir viele Wasserfälle besichtigen werden und diesen so berühmten Rojokan-Sewu-Wald besuchen werden.